Fischermannsäugen am Deck, heute mit Fischkuchen, Lazyboy Edition. Dann Bord, als es schnell gehen muss, fertig Teig, fertig Lachs, fertig Kartoffeln und ein Eigelb. Teig halbieren und zwei Ballen bilden und nun rollen wir es aus und den Teig aufs Backblech. Und nun kommt der Lachs, gefolgt von Kartoffeln. Zweite Hälfte ausrollen, idealerweise genauso unförmig wie die erste Hälfte und das kommt oben drüber. Die Händen werden verbunden und wir bestreiten das mit Eigelb. Ein paar Lächer reinschneiden und ab in den Ofen. Sieht doch gut aus. Kurz abkühlen lassen und nun sich schmecken lassen. Mmmh!